Beim Neubau. Was sind Bauzeitzinsen? Das ist ganz einfach. Das sind die Zinsen, die entstehen, die praktisch während der Bauzeit entstehen. Das heißt, wenn Sie vielleicht immer noch zur Miete wohnen, das Haus entsteht gerade, Keller ist ausgehoben oder vielleicht schon gemauert, die Geschossdecke, die Kellerdecke ist schon drin oder die Außenwände stehen. Das sind praktisch die Zinsen, die Sie in der Bauzeit zahlen müssen. Immer vorausgesetzt, dass Sie diese finanzieren und nicht aus Eigenmitteln, aus Eigenkapital bezahlen können. Dann sind das die Zinsen, die Sie eben einplanen müssen, zusätzlich zu Ihrer Miete und sonstigen Kosten. Na, da sind Sie jetzt die Zinsen, die Sie beim Neubau gerade auch bestätigt, die Du� des Neubau jest in der pickup. Na, da sind Sie schon wieder so viele verschiedene Hände, die Gäste und die Zinsen sind sealant. Da ist es, wenn Sie wissen. Da sind Sie schon wieder. Da sind Sie schon wieder. Vielen Dank.